Musik Gewinner des Thüringer Energieeffizienzpreises 2017 Königssee Implantate aus Allendorf mit dem Projekt Ganzheitliches Energiemanagement im Unternehmen Wir haben etwa 2012 begonnen, ganz systematisch zu analysieren, wo wir Energie verbrauchen Wir haben also ein Energiemanagement-System entwickelt Durch die Zusammenarbeit mit einem Energieberatungsunternehmen und hochqualifizierten Planern und Ausführungsbetrieben konnten komplexe Umbaumaßnahmen während der laufenden Produktion durchgeführt werden Im Mittelpunkt stand eine optimale Abwärmenutzung und Speicherung durch eine besondere hydraulische Schaltung Ich denke mal, dass wir so etwa 30% unserer Energie einsparen Energieeffizienz oder Energiesparen kann nie eine abgeschlossene Sache sein Ich denke mal, dass wir so gut sind, 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 dass wir so